Ah, ja. Seht, wer da ist. Ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Ihr berühmte Meister und Mentor. Etio Auditore de la la la. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Möge es sich nie ändern. Dein Vater war ein Assassine. Und so verurteile ich euch zum Tode. Vater, dafür werde ich dich töten. Beeindruckend. Nun fehlt nur noch die Tat. Dieses Leben, es wählte mich. Du bist geflogen, Etio. Geflogen. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie. Insieme per la Vitoria. Vitoria! Und erobere Roma. Was ich will, nehme ich. Tötet den Assassinen. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Willkommen in Konstantin, Etio. Kämpft mit mir. Und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Untertitelung des ZDF für funk, Sprecher mit ihm. Achtung.